So kommt Materia, 39, zur Ruhe. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Martin Lazzini heißt, startete mit seiner Musik total durch und stürmt die größten Bühnen des Landes. Neben dem ganzen Trubel und dem Rampenlicht hat der Rostocker aber auch eine ruhige Seite, die sehr naturverbunden ist und das Meer liebt. Jetzt sprach Materia ganz offen darüber, wie er das stressige Leben als Musiker managt. Ich lebe halt mehr oder weniger mehrere Leben. Also einmal das tolle Party, gib ihm Leben, erklärte er bei dem Spotdreh für Fischermans Friend. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass er auch sehr gerne für sich ist. Ich bin ein Naturmensch, ich liebe es, in der Natur zu sein, ob es jetzt im Wald ist oder auf dem Wasser, verriet Materia über sein anderes Leben. Vor allem ein Hobby genießt der Lila-Wolken-Interpret dabei am liebsten, Angeln. Das Angeln ist so ein Ruhepol. In der Sekunde, wo ich mit dem Boot rausfahre, fällt eigentlich alles ab nach 10 Sekunden. Und das ist etwas sehr Besonderes, dieses Gefühl ist etwas, was ich mein Leben lang haben möchte, schwärmte er. Und das ist etwas, was ich meine Leben lang haben möchte,